Hallo und willkommen bei Hardware Art. Hier das Update des 1200 Euro Gaming Computers Januar 2017. Als Rechenknecht der Intel Core i7 7700 mit 4x3,6 Gigahertz. Er hat einen Turbotakt von 4,2 Gigahertz, 65 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, hat Hyperthreading, das deutet jeder Kanal 2 Threads, also ein theoretischer Achtkerner. Es ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 3 bis 4 Jahre noch locker ausreichen. Dann als CPU-Kühler der Arctic Alpine 11 Plus. Er ist mit dabei, damit er den Prozessor gut und leise kühlen kann. Als Mainboard das ASRock B250M Pro 4 mit dem Intel B250 Chips hat. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PSA Express 3.0, 2 M2 Slots, ein 5.1 Soundchip und am IO-Panel 2x PS2, VGH-D4 und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 3x USB 3, 1x USB Typ C, 2x USB 2, eine LAN-Buchse und drei 3,5 mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 16 GB von Crucial. DDR4 2133 und CL15 sind normal schnell. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in dem Dual-Gen-Modus betreiben und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Und als SSD die 250 GB SK-Henix SL308. Es ist eine sehr schnelle SSD und 250 GB reichen in der Regel auch für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Dann als Festplatte eine 1 TB von Toshiba. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 8 GB Chainboard GeForce GTX 1070 Phoenix. Es ist eine übertaktete Version der GTX 1070, trotzdem sollte sie dank dem niedrigen Stromverbrauch und dem guten Kühler recht leise sein. Sie hat als Monitoranschlüsse einmal DVI, dreimal Displayport und einmal HDMI. Und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 450 Watt BitPhoenix Whisper M. Es ist ein vollmodulares Multi-Rail DC-DC Netzteil mit 80 plus Gold. Und 450 Watt sind für den PC mehr als genug. Man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Dann noch ein Standard-DVD-Brenner. Und als Gehäuse das Fractal Core 2300. Es ist ein schlichtes, elegantes Gehäuse mit viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei 120mm Lüfte bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional für den PC, falls man es etwas leiser haben möchte, kann man die vorinstallierten Lüfter vom Gehäuse gegen zwei Be Quiet Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter austauschen. Die kann man, wie es schon im Namen steht, über PWM regeln. Damit wäre der PC vor allem im Leerlauf deutlich leiser. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung alter als zwei Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen. Dort dürfen wir den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Und dann bis zum nächsten Video.